Hey Jasmin, hier ist Kai. Du hör mal zu, ich hab mir gerade mega was überlegt. Wir brauchen dringend noch einen Weihnachtsbus für unsere Kunden. Da hab ich mir gedacht, wieso drehen wir nicht einfach einen Film? Also, hier sind meine Ideen. Setz bitte wie immer nur das, um was auch dir gefällt. Und ja, ich denke, wir brauchen da ein Auto mit so einem riesen Weihnachtsman im Hintergrund. Ein Jeep. Am besten in Grand Cherokee. Und irgendein Weihnachtslied, das die Leute kennen. Das Ding muss so richtig fetzig beleuchtet sein mit blinkenden Lichterketten, Rennchen-Nase und allem Zeug. Und Persönlichkeit sollte da rein. Also unser Team sollte da rein. Und wir brauchen so richtig Stimmung. Also die Leute sollen so richtig Bock auf Weihnachten bekommen, wenn sie diesen Film singen. Ich hab richtig Bock auf Weihnachten. Hm, oder warte mal. Vielleicht nehmen wir doch nur mal die verrückte Socke. Was hältst du davon, wenn wir ihn als Weihnachtsmanvergleichen? Ach, und da ja gerade Weihnachten ist, sollten wir auch für unsere Kunden etwas Gutes tun. Natürlich mit Abstand. Ein kleines Geschenk mit einem lieben Besuch von Team finde ich super. Ähm, ja, dann ist die Sache rund. Und das Jeep-Nogo dürfen wir nicht vergessen. Und natürlich unser No-Go auch. Und Jasmin, bitte ganz wichtig, der Ganscher Brauchtsangang. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Und das ist auf einer Rnee rein. Dann Brett Bergen und ich rege Bergsteckle-Chef-Chape-Chimp admit. Und das sindformed von seinem affili technically klappen. Das ist ein beziehungsvoller Gerät. Sehr gut Total开 inteiro. Gut. Und das ist ja свободischen Sensياeschrei. und按摩lica zu nehmen. Vielen Dank.